Herzlich Willkommen bei Part 12 von Black Ops Da sind die Tür offenbar und die Wende von hier snipen Das ist eine sehr gute Idee von hier aus zu snipen Gut Uh oh Uh oh oh oh, der kommt von da Gut, erledigt Und ich drücke vor Hier bin ich sicher Uh oh Bei einer knappe Sache Haben die mich echt überrascht Habe ich rückt weiter vor, eiskalt Ach, Mist Granate Mit der noch? Nein Und wir können auch nur weitere Schwierigkeiten folgen Uuuh Ich sollte völlig stemmen, wenn ich springe Ach, die haben Fische Uuuh Habe ich Stromschlag gekriegt, oder so? Oh, was war da? Hab ich stromschlöcke gekriegt, oder so? Egal, nicht wichtig Wichtig, dass ich hier überlebe Ah, ich habe RPD gekriegt NPD Schuss oder Treffer Nette Waffen, aber die hier ist doch besser Und hier habe ich wieder eine neue Waffenauswahl Wie entscheidend Gut, die verzichte ich immer noch auf die Driver noch Einfach allemal Und wenn ich zu Beginn gehe hier das ist wirklich der Weg ist Aber die Wachle sind nicht gut Oh nein Ach, Granate Ich bin engelig Aber auch die Munition ist mittlerweile leer Ja Bevor ich weitergehe Klar, wirklich die Waffen Bring mir nichts hin Oh Gott Wow Das Baby wird mich bestimmt später stolz machen Ich, was ich jetzt tun Oh, was muss ich tun? Jumpen? Oh, fuck Scheiße, scheiße, scheiße Ich habe dich Ich habe dich Was sind die Zahlen? Was sind die Zahlen? Oh, ja Ich verstehe Ich habe dich 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 Oh, fuck Der hat mich auf dem Barsch Na, da, da Verdammt Ich bin dumm Verdammt Was ist Ich bin dumm Ich habe mich Ob ich lebe noch Ich bin dumm Ich bin dumm Ich bin dumm Da bin dumm Das ist ein langer Weg nach unten. Baa. Weaver! Oh oh. Mann, du bist echt krank, Weaver. Was? So? Scheiße. Der Kerl muss den tausend Stücken zerfetzen. Sein. Boah. Nicht. Oh, Munition leer. Oh, ich sterbe. Oh, ich sterbe. Oh, ich soll lieber. Oh, ich sterbe. Oh, ich sterbe. Where are we headed? Clark ID, den Nazi-Scientist, working for Dbragevich. His name's Steiner. We're going to Russia, Mount Yamantan. I know that Jason Hudson briefed you on the intel extracted from Dr. Clark, Calhoun. Hudson said that Clark was insane. Paranoid. Fixated with numbers. Clark created Nova 6. A nerve toxin that conducts your body is sick. Dr. Clark is second-in-command. Krav-Chapur tested in Vietnam. On them? On us? On his own? He doesn't care. Vokuda. Vokuda. Reznov told me at Vokuda. What did he do? Mason, listen to me. It was a long time ago. Far away. Dragonfish, Steiner, Krochenko, all must die. But he told me what they did. What kind of men they were. Why they all must die. Well, we'll end this part here. And the next part, when we see where we are. We'll be destroyed. So then. My father was a musician in Stamberg. During the German occupation, the sound of his life filled the air with mist music. Corsico, Stasov, many of the great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol of hope. To the Germans, it was a symbol of defiance. Even now, his musing still warns me. The Nazis slit his throat wisely. Collaborating with any Nazi is a betrayal. A betrayal against all of Mother Russia. Dragonfish, Krochenko, are not troubled by such matters. They look only to advance their own interests on the Jandos. They look only to get a lot of energy. The Nazis slit their own interests on the Jandos. The Nazis are a prisoner of Jandos. let's go for a secret in the West-Bernilles. The Nazis have noiąx to use the Nazis to their own interests. At the same time, the Nazis have no money to get paid.